das hat sich doch mal gestartet ja zum betrachten überraschung dann auch wie was sind buchstaben für diese animation das letzte mal schon gesehen ich habe nicht sondern das sieht nicht schlecht ich glaube sind einfach wieder abgehauen nachdem wir gesehen habe unterwegs mindestens eine kröte gefunden die haben wir ja wohl noch nicht viel gemacht ich weiß gar nicht ob die letzte mal gekriegt haben die seine kürze ich möchte wissen die heißt also schon viel hat der plage hat man den schneemann ich hätte sie wenigstens die mühre ran mageln können das träger ja da kommt schon wiedersehen macht auch wenig auch nicht wirklich weiter ja einfach oder möchte man den neuen feuer zauber ausprobieren und die wolken kaputt nach dem präsentieren wir wir haben jetzt das schönes bekommen wie ich kann jetzt zauberten cocktail cocktail wir haben auch alle ja auf jeden fall das feuer konnte er ist ja tatsächlich habe ich gar nicht noch geachtet ja ja ich habe mir ein feuer habt ihr von mir ist kaputt war gut gas wolke kunden verpasst sogar anders mit dem zauber steht aber auch mit bei das ist die angriffskraft senkt habe ich nicht darauf geachtet aber ich werde wahrscheinlich noch ich habe es noch nicht geschnitten in die aufnahme station wahrscheinlich als ende noch mit ran erklären sehr gut weil die nächsten treffer sollte sich vielleicht noch heilen oder vielleicht ein bisschen vorsichtiger spielen du kannst auch auf alle machen das reicht dann das musst du da also die worte ich hätte die nächsten wollen sonst ignoriert was auch ja dann heißt aber jetzt aber ich möchte es auch alle das kann ich das viel raus ach jeder so ja jetzt war kurz verfehlt ich habe übrigens gesehen es gibt ein achievement wenn du jeden gegner typen ist nicht einmal getötet hat deswegen sollte man zusehen auch wenn man diese scheiße hat ja die man ständig verfehlt und man kommt ihnen dann schon später nicht mehr zurück sollte man das mindestens einmal dann kaputt zaubern ja damit man nicht wenn man das durchgespielt hat dann irgendwie so wie soll ich diese tippen ja auch vor allem welchen geht kann man übersehen jetzt stirbt danke wieso funktionieren die roten eigentlich nicht wo ist die will nervt doch eher einen schneemänner verzauern wenn man jemand ist kann man nicht mal getroffen werden aber auch ein sinn auffällig wobei es zumindest den nachteil hat dass man prinzipiell noch zu zweit angreifen kann also ist schon ein bisschen sie nicht ein bisschen vielleicht unter der eispalast nämlich an ja wenn die hat aber auch schnellere sex als wir wie sie ja kommt rein schlägt die beiden erstmal muss erstmal reagieren dass wir einem anderen ort sind hatten bildwechsel meistens so klingt das mit sich ach so so kommen rein ist war ja das wunderschöne vogelgeräusche ich glaube das kommt vom bogen ich glaube auch hier weiß man links und rechts oder ich habe mal zu gemacht das finde ich üblich ich will hier durch na gut das war ein schalter ja kann sich darauf gehen aber nur einmal bitte ich will erst den panzer plage tut wenn ich schon so ich gemacht das hat es gemacht außer für mir das ist ein geräusch auf die andere seite der funktioniert aha wo sie bin ach so das hat hier einfach alles klar links links war eine attrappe und rechts hat hier den weg geöffnet ist es von mir ist ja auch nicht angekommen was wohl nicht damit ich dann vielleicht nicht noch mal drauf getreten sondern die wand hat sich zugeschoben als wir von der platte darunter waren vielleicht möglich wir gehen einfach weiter lassen sich ein paar treffen und teilen darf ich einfach drauf den zauber drauf zaubern und ich möchte es ich kann so schön feuer machen macht das mal jetzt die flammen mal ach so ja warum nicht mal was neues hier auf dem auf alle aber die sind im blau tatsächlich besser aus als im grünen blauer block steht nicht gut und sie ihn trotzdem noch klingt drauf gut ja auf die habe ich ja gar keine lust diese ganze zerteilmechanik von dem ich muss man nochmals sauber ich habe durst hau raus möchte uns von ihm sind genau noch richtig irgendwas sagen die anziehen nein wieso nicht obwohl möchtest du auch nein das finde ich ein bisschen schöne schöne neue skins finde ich ganz nett recht links oben und du hast du nicht so auslösen ist das beste so was jetzt richtig diesen rechts oder links mich ist etwas auslassen du hast doch die karte ja ich habe einen kloppen bei mir nebenbei kann es auch darauf zu bringen doch machen wir ruhig ich glaube hier weiter okay dann gehen wir jetzt mal weiter ich würde das nebenbei zu studieren und die taschen und so kann ich für gut sagen jetzt eine sackgasse und ruhe dann sind wir auf jeden fall richtig gelaufen das nervt mich jetzt schon ich zeige euch mal den die teure explosion die sind aber auch ein bisschen ähnter aussehen kann das sein ich kann mir nicht vorstellen dass die originale ähnliche aussagen weil es nicht reicht nicht zu kehren überhaupt nicht treffen dann zeige ich noch mal den anderen die labawelle und so leben sollen zeige ich mal den belieben das liegt nicht mehr okay dann als nun kriege ich solche raten bonbon ich bin jetzt so ausgelassen ich habe vorher die karte studiert natürlich das ist ja klar na klar wollen wir die wir schon mal getötet haben müssen die noch mal töten müssen jetzt nicht zerteilt zum glück aber ein blau geht ja tatsächlich also im grünen sind einfach nur scheiße aus aber die grünen tics nur irgendwie völliger nimmungswaffenstufe von renny ist gestiegen renny du kriegst jetzt der hatte auch hier drei bogen habe ich gerade auch hier nimm die ach so wie verkauft machen geht ja gar nicht so kennen wir dich wieder eine beleidigung nein würde ich nie machen noch ein bisschen machen eine analyse auf die dinge wissen was jetzt nicht mal aufklassen wir machen alle diese elektronik ja die türen okay hier analyse stufe drei die biester eigentlich irgendwas ich möchte können sie nicht treffen die treffen die uns überhaupt irgendwas das interessiert alles nicht kann ich nicht haben wir nicht haben wir nicht immer rechts drauf ich will links stehen danke tschüss ein wimmer auge und es ist verwirrt wie das er stand ich bin auch verwirrt es hat geweint ich war auch ganz aber eine träne dran jetzt schuldig wenn die und prim sind vor allem weiß ich ja wir machen ja auch was hier und ich möchte ein buch lesen kann dass da sind bilderbuche das ist doch ein grimoire ein grimoire schon da gerade ja und da sehen geauten grimoire bewusstlos und kein ist die auch noch nicht klar ja ich habe doch die karte studiert scheiß geister und jetzt hier natürlich ich habe doch die karte folge geht jetzt eigentlich nach verdammte axt werde ich auch mal weiter die gerade nicht wartet jetzt aber wenn die was mit ihr eigentlich was wir sind hier rechts ja links und nicht so gut ja super ich komme zurück ok hier und dann wird und dann ja ich habe ein buch gefunden ich dachte jetzt kommt eine kleine an der sequenz ich denke mal ihr gut hinter uns ist der ausgang jetzt verriegelt worden wahrscheinlich müssen wir jetzt meine bücher platt machen das ist irgendwas weiter machen dürfen also waffen stufen von prim du bist mit dem schwert durch na dann nehme ich was anderes zum bleiben bleiben einmal noch ein spiel ja jetzt recht ich könnte die party sahne kannst du nehmen die party sahne dann nehme ich dir noch mal hättest du übrigens auch in die menü einstellen können ich weiß es nicht so weit ich bin ziemlich sicher dass es nicht ging das glaube ich auch dass uns überhaupt das geht das spiel hätte nicht nur nachteile entniert man sie haben auch sachen tatsächlich gut verbessert in der uni nicht schön und darauf ja mal mit ich halte mich fest ich halte ich ja aber wenn dieser sonst ist ja die richtige waffe für die szene gehabt aber doch nicht so gut da sind wir ja analyse ich muss eigentlich nicht analysieren wir machen da jetzt mit feuer drauf dass ich wasser viel hier noch was recht ich glaube das ist wahrscheinlich eher blittern wenn es wasser ist das sehen wir gleich gut wer sind die quapsel ich glaube klappel wenn das das gleiche ist was man damals hatte einen einen boss gegner vor froster der wir haben das müssen das zweit war wir sein sind nur gut doch feuer machen sind dann habe ich auch schon mit den kleinen nicht gezeichnet nehmen wir jetzt mal den flogen los ist die ausmacht doch ja warum nicht hier senken denke ich mal den angriff mit dem plan klappel da kann ich übrigens immer nachgucken wie sie heißen muss gar nicht ständig kritten ist so einfach jetzt kriege ich jetzt einfach nicht mehr jetzt auch nicht mehr gleich war er hat sich weiterentwickelt ja zu kaputt sie kaputt sie ja ich hab ja vor dem rosen inzwischen auch gar nicht angegriffen kann das sein die haben nicht viel gemacht soll ich weiter zaubern ich habe angst dass wir vielleicht unsere mp brauchen für den richtigen wir haben noch weil das ich glaube an dem spiel nicht ein einziges mal eine walmus benutzt ich habe mich gegessen ich war zaubern ist nicht ganz dicht was soll das hier wird nichts gegessen ja ich war gerade am zaubern wollte ich auch wenn die kannst du vielleicht ein bisschen ablenken toll verfehlt komplett zaubern jetzt bitte ja macht das auch gut na gut ja sagte die können uns nicht alle fressen ich habe auch drei jetzt haben wir stehen die stich gut jetzt funktioniert ja mache ich weiter ich habe viele dünnen aushalten der erste liegt schon das sieht aus intelligenter ich kann ja auch nicht mehr ja gut wenigstens damit kann man verschwendet sieht fertig erst entwickeln sie sich weiter zu packen sie entwickeln sich zu uns weiß nicht mehr wenn ich war nicht ein einzigen seiten muss dieses wort wieder einfügen wenn ich schreibe in die kommentare wenn ihr ein lustiges wort habt ja dass sie entwickeln sich zu was noch nie lehre ist mir hat die weiter ausgerüsteten ein ok wenn ich warum machst du nicht mal was ja gleich weiter das noch ein schritt nach hinten machen so spüre ich nicht so das weiß ich jetzt gar nicht so damit ich zurück auf was ich getragen den scheiß bogen mehr nicht ausgesehen auf die teleporter laufen brandy hörst du nicht bei dem ist egal brandy hörst du ich noch mal weniger sorgen wenn ich ehrlich bin ja sonst weiß ich nicht gern die truhe verstanderungsfalle das war schön bist du nackt das sieht irgendwie eigenartig aus tut es kommt jetzt ruhe okay die mutter warum darf nicht weiter komm da raus endlich und quatsch wir hatten das geld machen ja dann vielleicht das stimme soll das sein die von dem da ja du analysierst okay ich weiß dass ich selbst feuer was ist im frost teil ich habe trotzdem darauf nach wenn es kommt wie viel kapitel hat ja und wie heißt also ich kenne wahrscheinlich gar nicht in der form analysierenden warten ohne ohne ok jetzt die reiser voraussicht mache ich trotzdem schon vorher drauf ja wie bedienen den blieb der bieger ich finde ich auch sehr super analyzer ostgegas wurde kritisch getroffen 140 hat er maximal aber ja 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 genau das macht ja mache ich das ging vorher anfällig ach was jetzt gedacht das soll ich jetzt machen ja wahrscheinlich vorher ich wollte eine heilung rausschmeißen wo du machst das erstmals wenn ich das noch machen will ist auch gut ich wusste was ich machen wollte da geht doch jetzt weiß ich vorher darauf bitte wenn ich schneller als du hier wenn die machen was ich kann ja sie ihn zweimal gleichzeitig müssen kann dass ich mein bach auch gelohnt ich glaube so ist das überhaupt früher kann es sein das weiß ich nicht wie ich habe fast mutanten mutanten war das damals einleuchtend ich will auch ins bild die unwichtigen werden ausgeblendet und weiter geht's bravo und weiter geht's also den deutschen texte und finde ich furchtbar mein lieber guter weihnachtsmann ich fand das früher schon gut dass der weihnachtsmann dem spiel mitspielt ja es passt nicht so richtig manna trees grow at an alarmingly fast rate i set off to find a manneseen thinking i could grow a huge manna christmas tree in no time but the mana power in the seed was too much for my body to handle it turned me into that monster dead one must take care never to abuse manna or else they'll face the consequences i apologize for all the fuss here you need this fire sheen korrekt nur recht haben wir gut gemacht ich habe gewonnen ja dann sind wir dieser folge durch der samen fern würde ich in der müste vermisst das heißt wir lassen jetzt zurück zum dorf übernachten auch noch mal und treffen uns in der nächsten folge dann kann nun die reisebüro wieder ja bis neulich ciao nothing beats canon travel what's up just remembering the thrill of being shot straight into the air i could get used to that it is fun huh can we go back to the cannons again tomorrow sure if it's on the way there's no need to use canon travel all the time we should save money when we can she's got a point aww spoil sport do you have something against cannons no 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 and i'm definitely not afraid of them if that's what you mean oh prove it let's go for a cannon ride tomorrow fine i'll go anywhere you pick great it's settled hmm something wrong bro what about the money my pride is more important than money what are we waiting for uh-oh i awoke the witch within will you quit calling me a witch let's get some rest i wonder if we can get gemma to pay our way again i wonder if we can get gemma to pay our way again